hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video wir spielen heute weiter base station smith bay und zwar die us-kampagne treffen in der java serie fragt nicht warum ich die schon gemeistert habe ich habe das ist jetzt die dritte aufnahme die ich mache ja einmal hatte nicht aufgenommen und einmal war natürlich da erstens stoßen sie im ziege bis zur flotte der royal navy da sind die flugzeugen die greifen uns doch dann an ich jetzt mal sagen zweitens die horsten darf nicht sinken und die sekundärmission ist der hms exeter muss überleben ok darf ich das wieder alles hier durchlaufen lassen nicht vor mich da ist die us-harsten ich glaube sogar schaut mal in die kommentare ob das nicht sogar das schiff ist was wir letztens was repariert werden musste wo der kommandoturm kaputt war und loch im rumpf glaubt sogar es war das schiff sehr schönes schiff ist genauso wie bei tvs die in den apple ist da sind wir oh flugkopf wäre würden fährt der ton da auch mal richtig würden wir vielleicht auch alles hören ich drücke schon mal er jetzt ist wieder ton da finde ich sehr gut ich drücke er genau full alert feuer frei ich drehe mich so dass halt die beiden großen geschütze auf der seite schießen können und halt um der seite bahn 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 die fliegen auf uns die flugschäuze auch das werden wir nicht überleben also doch überleben schon aber auch nicht ohne schaden um um uah 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 doch du heilige 13 torpedobomber submarine in da ihr bein weil wir haben kein depth charge sie geht schon auf dem angriff vor meine maus nein nein der topido abgegossen bekommen nicht ich weiß da hat ganz genau gott alter ach du irgendeinen müssen wir davon zerstören ich kann doch noch nicht mit einer hochbatterie einfach raufschieben kann nicht das ist halt das blöde der hat sich ein flugzeug weg geschossen ihr fliegt nicht zurück oh gott da auch du rei wir haben schon mal depth charge wir haben schon mal ein paar ab da ich hier dann schon mal die unter wasser sicht habe die seh dann das ist nice komm das war sehr schnell zerstört ich habe jetzt kommt jetzt kommt erst das zweite was nicht so schwer ist danach kommt aber das wo wir kein zerstörer verlieren dürfen dass wenn wir gleich zerstörer verlieren haben wir fast schon so gut wie verloren die exe doch ein japanisches schiff wir kommen zu hilfe ich weiß dass die exe kann nicht dass die sekundärmission ist die exe wir vielleicht schon gesehen habt wir schießen jeden einzelnen geschützturm einzeln ab das heißt nicht so wie bei ww ist ein haupturm sondern die gegene einzelne geschützturm ein ja einzeln so 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 Oh nice Ach sogar, weil wir genau Geschütztum getroffen haben Haben wir sogar den zweiten Hauptturm rausgehauen Ey, wer geht noch mit auf das Schiff hier Solang ihr überlebt Oh Gott ist das peinlich, ich hab grad nicht getroffen Torpedos haben wir Also alle die die Japaner mögen, tun mir jetzt leid Das war Munitionstreffer Alle Die dies Ey, Mann Das schon fahr ich jetzt Gleich kommt doch eine Überraschung Hier Ach, Houston heißt das Ach, Houston heißt das Das Schlafschiff darf uns nicht zerstören Wir müssen die Ds Die Ds zerstören, damit Unser U-Boot Mit 6 Torpedos die Haruno raus top kann Ja, 6 Torpedos Müssen treffen, damit so ein Schlachter stirbt Ein U-Boot hat 4 vorne Zum Abschießen und 2 hinten Das heißt hinfahren Ja, und dann Einfach Abfeuern Wie los Ich fahr da hin Tja, Rune hat halt so eine hohe Reichweite Deswegen wird es echt schwer Ähm Ja Ähm Bitte sterb nicht die Ds Puh Oh Gott Nein, der schießt auf uns Scheiße Scheiße Kacke Wir müssen die Ds wegbekommen Ah Jo Nice Da fahren wir abbekommen Mann Oh Gott Torpedos Oh Gott nein Ah Ich weiß nicht was schlimmer als Torpedos oder ... ... Die Hauptballerie der ... 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 Wichtiger als keine Ahnung was Nautunus was machst du denn hier oben Ey ich kann die Mission jetzt neu starten Unser U-Boot sinkt nicht Ey Mission ist kaputt Ich kann das U-Boot nicht mehr sinken lassen Ey Spiel Noch haben wir sehr viel Glück Und der schießt noch nicht auf unsere Schlachtdürfen Warum können wir nicht sinken? Geil ey Dieses scheiß U-Boot Ich geh schon hier unten Hä warum kannst du nicht mehr sinken können? Alter Ne Ich kann das jetzt nicht mehr schaffen Ich hab noch die Warden Die ist aber fast weg So dann hab ich noch die Exeter Die hat noch Torpedos Just do it Die hat noch fast voll Leben also Drillingstorps Ja toll Kack U-Boot einfach Das ist Also Schreibt man die Kommentare Hashtag bestes U-Boot Also Ich kann sagen was man möchte ist U-Boot Wenn ihr es überlebt ist alles okay Wenn ich das noch schaffe dann einfach nur Glück Zack W-Ufti 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 Ah nice Zack Ne guckt euch mal an wie viel Leben das Schiff noch hat Bis meine Torpedos die danach gelandet sind dauert das noch ein Jahr Aber Ah Was ist er Ich kann was sagen ey Bin schneller als das Schiff Das Wir müssen hier einfach weg Nein nicht so Wenn ihr schon so Alter Ich hasse langsam die KI Was ist denn hier los Zuerst Siegt das U-Boot nicht Mann das Schiff muss weg Getorbt werden Wir haben Keine gute Hauptbatterie Frontal So Hält ich mehr aus 23 Knoten ey Bin ich ja selbst schnell am laufen Echt sehr gut spiel Ich fühle mich ja langsamer als ein Schlachtschiff Und Torpedos haben getroffen Ey wenn ich jetzt das noch schaffe dann weiß ich auch nicht Oh mein Gott ey Ey Ihr wisst nicht wie schwer das war Davor Die anderen Aufnahmen Als ich alleine privat gespielt hab Das auf meinen anderen Account Ich hab das immer geschafft mit nem U-Boot Was ist U-Boot weg Keine TDs mehr Exeter noch Oh Heilige Kacke ey Da seht ihr Was Torpedos ausmachen Die sind Wichtiger als Alles andere Da seht ihr Heilige Kacke ey Oh bitte ich hab die Aufnahme aufgenommen Sonst hab ich hier gleich Komplett Ne sonst raste ich aus Oh man Ich kann nichts mehr sagen Ja Victory Ganz knapp 17 Minuten hier ey Gemeistert 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 Oh versenkt sie alle feindlichen Schiffe Ach das haben wir alles verloren ey Scheiße U-Boot Alter die vertraue ich nie wieder 14 Minuten Kreuzer Oh mit was hab ich denn alles getroffen Benutzte Waffen Ne Also U-Boot Mittlerer Art Schlachtschiff Eintreffer Ey ey Magst mein Schiff Okay Okay Ich hoffe euch hat das Video gefallen Und dann bis zum nächsten Mal Tschüss Donutschiff Ja I Ja Ich bin